Das Schnurren einer Katze ist ein faszinierendes Phänomen, das seit Jahren Gegenstand wissenschaftlicher Studien ist. Obwohl wir noch viel mehr Verständnis benötigen, betrachtet tierisch schlau die vorgeschlagenen Auswirkungen des Schnurrens einer Katze auf Menschen. Erster beruhigende Wirkung und Stressabbau Das Geräusch des Schnurrens einer Katze wird mit einem Gefühl der Ruhe und Entspannung in Verbindung gebracht. Das Hören dieses sanften Summens kann helfen, Stress- und Angstgefühle bei Menschen zu reduzieren. Viele Katzenhalter berichten, dass das Schnurren einer Katze an ihrer Seite eine sehr beruhigende Wirkung haben kann. Zweite Freisetzung von Endorphinen Es wurde vorgeschlagen, dass das Schnurren von Katzen die Freisetzung von Endorphinen im menschlichen Körper stimulieren könnte. Endorphine sind Neurotransmitter, die mit Gefühlen des Wohlbefindens und der Glückseligkeit verbunden sind. Auf diese Weise könnte die Interaktion mit einer schnurrenden Katze die Stimmung verbessern und bei leichter Depression helfen. Dritter verbesserte kardiovaskuläre Gesundheit Einige Studien haben die Möglichkeit untersucht, dass die Vibration des Katzenschnurrens eine positive Wirkung auf die kardiovaskuläre Gesundheit von Menschen hat. Die Entspannungs- und Stressabbau-Effekte könnten die Blutzirkulation verbessern und den Blutdruck senken. Vierte Stimulation und Gesellschaft Die Anwesenheit einer schnurrenden Katze kann Gesellschaft leisten und Gefühle der Einsamkeit lindern. Das Streichen einer schnurrenden Katze kann tröstlich sein und eine bedeutende emotionale Verbindung bieten. Fünfte Förderung der Wundheilung Einige Studien legen nahe, dass die von Katzenschnurren erzeugten Schwingungsfrequenzen einen positiven Einfluss auf die Förderung von Knochen- und Gewebeheilung haben können. Die Forschung ist nicht eindeutig und dies ist aus physiologischer Sicht ein viel weniger wahrscheinlicher Vorteil. Sechste Reduzierung von Schlaflosigkeit Der sanfte, gleichmäßige Klang des Schnurrens kann einigen Menschen helfen, leichter einzuschlöffen. Einige Menschen finden es beruhigend, mit einer Katze in der Nähe zu schlafen, aufgrund der beruhigenden Wirkung ihres Schnurrens. Es ist wichtig zu beachten, dass die Schnurr-Vorteile von Katzen je nach Person und ihrer Beziehung zu Tieren variieren können. Nicht alle Personen werden diese Effekte auf die gleiche Weise erleben. Es ist auch entscheidend, Katzen mit Respekt und Fürsorge zu behandeln. Das Erzwingen von Interaktionen wäre kontraproduktiv für alle Beteiligten. Haben Sie schon einmal von schnurrenden Vorteilen profitiert? Teilen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren und wir sehen uns beim nächsten Mal.